Macher Check erklärt sich selbst. Joé. Meine Verehrung und herzlich willkommen zu Macher Check erklärt sich selbst. Episode 3 zum Lied Balkon bzw. zum Musikvideo davon. Das Lied ist folgendermaßen entstanden und zwar habe ich mich mit meiner Truppe als Maurermeister, der ich nun mal auch bin, überlegt, wie kann man Wohnen in der Großstadt leistbar machen und zwar so, dass man sich auch wohlfühlt dabei. Und das geht eigentlich ganz einfach, wenn man ein bisschen nachdenkt. Wir sind nämlich draufgekommen, zum Glücklichwohnen gibt es das goldene Dreieck des glücklichen Wohnens. Das goldene Dreieck besteht aus drei Punkten, nämlich Heisel, Bett und Kühlschrank. Und in den meisten Wohnungen sind diese drei Punkte unnatürlich weit weg voneinander entfernt. Mir haben sie gedacht, wir komprimieren das Ganze und hauen das auf einen Balkon. So bleibt die Wiese Wiese und der Balkon ist herrlich zum Wohnen, wo man unten ein bisschen dämmt, auf der Seite und oben ist es auch noch schön warm. Lösung gefunden. Wiese 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 W